Herr Abgeordneter, Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Mein Kollege hat mich gerade aufmerksam gemacht. Ich habe noch 32 Minuten Redezeit. Ich werde das jetzt voll und ganz ausschöpfen. Daher ganz schnell vier Abänderungsanträge, vier Abänderungsanträge, alle von allen Parteien einstimmig. Ich beantrage eine Abänderung zu 220 dB. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Ziffer 3 lautet Punkt 3, dem Paragraf 109 wird folgender Absatz 5 angefügt. Absatz 15, Paragraf 8, Absatz 4, Ziffer 2 und Paragraf 41a in der Verfassung des Bundesgesetzes. Bundesgesetzblatt 1 Nummer XXX aus 2023 tritt mit 15. Juni 2023 in Kraft. Abänderungsantrag der Abgeordneten Gerstel Leichtfried Schrangl, Arasirka Brama, Nikolaus Scherag zum Bericht des Geschäftsordnungsausschusses, mit dem das Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz geändert wird 2021 der Beilagen. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der oben genannte Gesetzesantrag in der Verfassung des Ausschussberichtes 2021 db wird wie folgt geändert. Verfassungsbestimmung Nummer 5 lautet Verfassungsbestimmung. Der bisherige Text des Paragraf 10 erhält die Absatzbezeichnung 1 und es wird folgender Absatz 2 angefügt. Absatz 2 in der Verfassung des Bundesgesetzes. Bundesgesetzblatt 1 Nummer XXX aus 2023 tritt in Kraft. Erstens Paragraf 4, Absatz 3, Paragraf 7, Paragraf 8, Absatz 1 und Paragraf 9, Absatz 1 mit 15. Juni 2023. Ziffer 2 Verfassungsbestimmung, Paragraf 4, Absatz 2 und Paragraf 9, Absatz 2 mit 15. Juni 2023. Abänderungsantrag der Abgeordneten Gerstel Leichtfried Schrangl, Arasirka Brama, Nikolaus Scherag zum Bericht des Geschäftsordnungsausschusses, mit dem das Geschäftsordnungsgesetz 75 geändert wird 2022 der Beilagen der Nationalrat wollen in zweiter Lesung beschließen. Der oben genannte Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichtes 2022 db wird wie folgt geändert. Ziffer 2 lautet Punkt 2, dem Paragraf 109 wird folgender Absatz 14 angefügt. Absatz 14, Paragraf 8, Absatz 3, Ziffer 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGPL 1 Nummer XXX aus 2023 tritt mit 15. Juni 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt Paragraf 8, Absatz 3, Ziffer 6 aus der Kraft. Abänderungsantrag der Abgeordneten Gerstel Leichtfried Schrangl, Arasirka Bramaus Scherag, zum Bericht des Geschäftsordnungsausschusses, mit dem das Klubfinanzierungsgesetz 85 geändert wird 2023 der Beilagen der Nationalrat wollen in zweiter Lesung beschließen. Der oben genannte Gesetzesantrag in der Verfassung des Ausschussberichtes 2023 db wird wie folgt geändert. Ziffer 2 lautet in Paragraf 6 wird folgender Absatz 5 abgefügt. Absatz 5, Paragraf 5b in der Fassung des Bundesgesetzes BGPL 1 Nummer XXX 2023 tritt mit 15. Juni 2023 in Kraft. Gute Nacht.